Ich bin Markus Kofall von der Firma Koldewey und unterstütze den Garten allen Fragen des Lichts. Grundsätzlich sollte nicht natürlich die Frage der Auswahl der Strahler oder der Beleuchtung gestellt werden. Was möchte ich bezwecken in meinem Garten? Wie sieht er aus? Was ist vorhanden? Sind es Sträucher, sind es Büsche, sind es Blumen oder sind es so wie hier wunderschöne Formen gehüllt sind? Auch im Gartenbereich gilt Safety First. Das heißt, das Licht, was zum Einsatz kommen sollte, blendfrei aufgestellt werden. Es sollte zu der entsprechenden Pflanze passen. Das heißt, in diesem Fall der Formgehölzer empfehlen sich Strahler von unten, die die Formen ganz besonders betonen. Also natürlich findet ihr alle diese Ideen im Park der Gärten hier in Rostrup. Generell zu weiteren Gesprächen könnt ihr auch gerne zu uns nach Westerstede kommen, Koldewey in Westerstede und wir schnacken ganz in Ruhe und suchen das Richtige für euch aus.